wir müssen nicht noch mal gegen diese Gegner ankämpfen bitte nicht was heißt das ich denke mal wir müssen ein Herz haben das ist ja das Symbol der Herzkönigin und langsam wird die Musik wieder repetitiv dafür der Spiegel also seinen Sinn so dann machen wir das noch mal was dort ist das ist wahrscheinlich der richtige Weg oder? Nö, gar nicht oder heißt das wir können jetzt dadurch springen oder hey, nein hä? wir müssen ein Herz haben hat sich hier was verändert? nein cool, endlich mal eine Rätselstunde hm, nur die Frage ist, was machen wir damit jetzt genau ziehen wir den Hebel nochmal so dann sind wir wieder da das ist aber auch kein Herz das Herz fehlt durchspringen hm hm irgendwie verstehe ich das nicht ganz manche erkennen den Weg andere wollen ihn nicht hm hm aber irgendwie verändert sich ja auch grad nichts zumindest nicht in diesem Raum und ich hab ehrlich gesagt kein Bock immer wieder hoch und runter zu rennen zu dem einen Raum von vorhin um alles festzustellen hm I don't get it drehen wir es nochmal so dann sind wir jetzt beim Jabberwookie geht das jetzt auf? nein und noch einmal die Animation ist komisch weil ich dabei nach unten geguckt habe so noch ein Versuch wieder nicht oh man mir soll erklärt das Spiel nicht ah so wir haben den Hutmacher wir haben den Jabberwookie und wir haben die beiden Fettsäcke Pik ist hier Karo ist hier und ähm wie hieß das andere nochmal? äh Heats, Karo Pik und äh manche haben das glaube ich Schippe genannt Hä? verdammt ich muss mir das glaube ich nochmal anschauen damit ich den Namen weiß oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott es verändert sich nichts äh das pulsiert warum? krumm hm manche erkennen den Weg ich verstehe es nicht tut mir leid wenn ich hier gerade sprachlos vorhänge aber ich versuche die ganze Zeit zu überlegen was es ist das soll dieses Rätsel ich werde daraus einfach nicht schlau hier verändert sich nichts so jetzt ist das wieder auf den Jabberwookie nee ich kann nur nach hinten schauen durchspringen kann ich auch nicht soll ich irgendeine Waffe dafür benutzen wenn ja welche? ach Leute warum macht ihr so eine kranke Scheiße? ach wehe ich muss gegen die jetzt nochmal kämpfen wenn ich hier hochgehe so dann schaffen wir das nicht da hochzukommen und mach einen weiteren Versuch ah Alice ist so langsam so die geht nicht auf das ah da oben sind welche dran so das war bei Caro oh nein mir schwammt übles bitte nicht bitte lass es einfacher sein als ich denke ein Altarraum oder sowas in huch huch was was soll ich mich jetzt erinnern oder was hä äh äh das war's was kann das Spiel sich bitte mal erklären oh mein oh mein nyo äh das ist na naf 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 weg mit dir ich hasse dich ich mag dich nicht so und rein mit dir wow wow das Spiel ist zumindest fair die Gegner kriegen genauso wie ich Schaden wenn na hm äh warum why wehe da drin sind auch wieder Gegner ok damit mach ich die Bilder also kaputt oder weg oder was auch immer oh man ok ich weiß ja nicht wie das bei den anderen Schwierigkeitsgraden ist aber hat das eventuell auch mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun dass ich überhaupt gar keine Hints dafür bekomme weitere äh Hinweise so das war ähm Schippe Peak ich hab vergessen wie die Teile heißen verdammt ich hoffe mir fällt es noch ein das ist grad irgendwie peinlich so Peak Karo das war das nicht stimmt ja das ist Peak auf der anderen Seite war Karo Herz ist nochmal auf der anderen Seite und auf den Raum in dem Raum war das was du ich bin jetzt geht das Licht wieder aus hä kleiner Test es geht ja sogar oh mein Gott wir sind nervigeres Raum das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr ja okay ich hätte seltener eine nervigere Stelle in einem Spiel gehabt ja ja endlich schieß ich die Gegner mal so rum aber das ist ein gutes Gefühl ja gut du stirbst da jetzt dann kann ich die Energie aufnehmen oder Meta-Essenz wie es Political Correctness wahrscheinlich fordert ah das ist ich weiß nicht das ist doofes hin und her das gefällt mir gerade gar nicht weil äh 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 das ist irgendwo Bullshit die Musik nervt auf Dauer obwohl sie auf der einen Seite auch irgendwo schön schrägstrich traurig ist mh ach oje aber jetzt kommen wir zum letzten dieser Räume ich hab wieder das Gefühl dass jederzeit in mein Zimmer jemand hineinkommt und jay damit hätten wir das letzte Fetty und tschüss hat das gedauert Entschuldigung dafür dass ich so lang gebraucht hab um zu zünden ich wollte es so haben dass ja hä? geht's noch höher? ich wollte es gern so haben dass das Spiel mir irgendetwas zeigt dass sich irgendetwas getan hat weil gegebenenfalls man ist am Armfall echt nur gerade ausgegangen woher sollte man wissen dass sich die Teile die Tore dahinten geöffnet haben weil ich bin jetzt auch erstmal davon ausgegangen dass man die Teile erstmal nicht finden sollte das war ja ein grandioser Fehler genau wie das fast jay so und durchschmeißen wieder rein ach komm schon und rein mit dir ja das tut weh das macht schaden oh je mini die die tut mir leid das sind gerade auf dem Euro und stöhnen blöde Geräusche machen und ne und das ist abgenervt bin aber ne ne nein ja jetzt ist der Hebel auf einmal auch weg ne ja das ergibt Sinn nicht so hier ist nichts was uns töten will du bist nicht meine Sache ich bin noch ewig aber vorsichtig nur darum lebe ich noch jetzt aber ignoriere ich meinen Fluchtinstinkt und spreche frei ohne Angst vor den Konsequenzen dein Mut verdient du hast gelitten und viel Leid verursacht du hast Kummer und Schuld gefürchtet und es wird noch mehr Leid kommen Schlimmeres wird kommen du und die Königin könnt mich beide überlegen wir seid beide Teil eines Ganzen ok ich glaub das ist ihm einfach zu weit zu Kopf gestiegen jetzt ist er noch unser letzter Vertrauter verstorben das ist tragisch